Herzlich Willkommen zu unserem kleinen Ärgernis hier in Star Wars The Force Anish 1. Ich bin so Hibo für NBA Games For You und wir müssen hier, wie schon mal angekündigt, im zweiten Ärgernis vielleicht uns nicht von jedem Scheiß treffen lassen. Ähm, nee, Spaß beiseite, wir müssen hier den Kerl besiegen. Wir sind jetzt in der zweiten Phase. Und ja, gucken wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen so langsam. Der hat uns ja jetzt doch schon gut eine halbe Stunde, 40 Minuten oder so etwas aufgehalten. Vielleicht auch sogar ein bisschen länger, ich gebe es zu. Ganz natürlich auch schwer, der Bosskampf. Ähm, und der ist wirklich knackig. Ich hab schon lange keinen Boss mehr, der mich so oft abgehalten hat. Ah, jetzt treffe ich dich sogar, oder hast du kleine Scheiße? Lass mich weg hier, du Kacke! Ach ja. Wenn er nicht mehr weiter weiß, kommt er mit seinem Machtscheiß raus. Okay, das ist irgendwie schwergehaltig. Ob ich das ziehe? Auch nicht schlecht. Ja gut, das ist erstmal ein bisschen zum Warnwerden. Aua, ich hasse es, dass mir hier an dieser echte Innerhänge bleibt, denke ich. Gehen wir das letzte Mal schon so. So. Dann mach mich mal gerade kaputt, kleiner Stinker. Dann hätten wir es hinter uns, das große Problem hier. Genau. Nur, dass du es immer noch geschafft hast. Jetzt nochmal. Okay. So, jetzt sind wir von vorne. Ganz in Ruhe. Mit Ausweichen von Gegenständen. Und der wunderschöner Tempel NEIN! Okay, komm, komm, komm. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, der ist einfach in die Luft gegangen. Oh, der ist einfach in die Luft gegangen. Braucht mir das mal ausweichen. Gut, gut, gut. Alles kein Ding. Ganz in Ruhe von mir aus verteidigen, wenn du willst. So nett gegen mich. So. So, weg mit dir. Warum darf ich denn so'n Scheiß nachbellen damit? Warum verwirrt man? Wie kleine Scheiße, ey. Das läuft gerade noch nicht so ganz. Jaaa. Wie geht denn ab hier? Dann muss ich doch verarschen. Na, ich meine, du hast geblockt, also. Okay. Okay. Wie du das sagst, du kleiner Kacka. Weg hier. Jaaa, getroffen hier. Gut. Ja. Ich wollte eigentlich kommen zum Angreifen. So, jetzt greffen wir ans Gegenseite. Ist auch nicht schlecht. Komm, komm, komm. Weg mit dir. Okay, wir haben uns glaube ich rausgekickt. Die Stärke, diesen Sift zu besiegen. Aufstellen, dass er wieder angekommt. Weg mit dir. Perfekt. Okay, aber diesmal nur gegen die Wand. Das ist nicht ganz so gut. Oh man. Du kleiner Scheißer. Wolltest du jetzt mal aufstehen? So, hier. Zack, zack, zack. Kriegst du ordentlich eine rein. Ist ja gar nicht, ey. So ein kleines Scheißi. Ja, nicht jetzt. Was machst du denn da? Du machst das doch sonst nicht so oft. Das war gut. Hier, genau so will ich das. Genau so. Okay. So nicht. Komm. 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 Gut, gut. Wir geben nicht auf. Bis zum Ende versucht es zu schaffen. Gut, der ist runtergefallen. Wir müssen jetzt eigentlich die Phase wieder anfangen. Die nächste. So gut wie. Okay, macht er auch. Wie es aussieht. Komm, komm, komm. Ja. Wenn der Schott-Titan kommt. Insofern müssen wir es irgendwie schaffen, komplett keinen Schaden zu bekommen. Letzt mal hat's dir ja nicht geklappt. Wir müssen uns so weit weg machen. Wir müssen jetzt weg den Schaden. Wir müssen natürlich auch hier sein. Wir müssen weggehen. Blitzen, 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 genau so Blitzen, gut Ist da weggekommen, sind aber ziemlich nah dran, das ist nicht der Hut Blitzen, genau so Okay Blitzen, blitzen, blitzen Blitzen, blitzen, blitzen Wenn wir da warten, wofür wir da genug Machtpunkte haben Wir müssen das weiter gehen, er kann den Fack jedesmal machen Blitzen, blitzen, blitzen Genau so muss das aussehen Und wir dürfen nur nicht irgendwo auf einmal hängen bleiben, wieder wie so ein Beklopter Wir dürfen nicht das, was ihr angreifen wollt, o kleiner Scheißer Okay. Jetzt wirft er Sachen und wir springen rein. Oh man, naja. Gut, wir müssen es irgendwie schaffen, hier den Kampf zu überleben, so dass wir ein oder zwei Hits auch bekommen können. Oh, das war nicht so gut, ich hab's zu spät gesehen. Oh, das hat nicht so viel Schaden gemacht, da läuft alles gut. Weg, weg, weg! Komm, komm, komm! Okay, Platform. Also Sauhund, okay, das hat ja gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich so gedacht habe. Ist alles noch okay. Ja, genau so will ich das. Weg mit dir. Perfekt. Läuft gut, der Anfang. Zumindest schon mal. So. Genau so will ich das. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Blocken. Ja, ja, bitte gib sie ihm nicht. So, weg mit dir. Genau, haben wir herausgekickt. Perfekt. Gerade läuft's optimal, bis hierher. Kann doch nur ein Zeichen sein, dass wir es endlich klappen sollten. Genau, das ist auch gut hier mit dem Machtfarm. Das gewinnen wir ja immer. Ich glaube, er ist wieder rausgeflogen. Ja, perfekt. Wollen wir auch nicht blocken. Sondern eine Sekunde warten, anflitzen und weg mit ihm. Genau. Liegt er raus? Liegt er nicht? Liegt wohl nicht? Okay. Nicht weiter schlimm, blocken wir erstmal eine Runde. Genau so will ich das. Diesmal ist er rausgeflogen. Genau, Mann, so läuft's gut. Am besten gar keinen Schaden bekommen, ey. Das wäre doch traumhaft. So, diesmal trifft bei uns aber. Aber wir haben ihn auch getroffen. Dass jetzt nicht viel passiert ist. Hier ist wieder rausgeflogen, glaube ich. Perfekt, perfekt. Alles ist gut. Kaum Schaden bekommen bisher. Viel mehr bekommen können schon. Weg, weg, weg. Okay, das war jetzt nicht abblendbar. So wirklich. Dann bin ich da in Ordnung mit. Okay, komm, komm. Kriegst du auf die Fresse? Keine Kommst gegen dich. Okay. Blocken? Oh, ich wollt's noch blocken. Damn. Hat er ganz knapp den kleinen Moment ausgemutzt noch. Scheiße, ey. Ihr seid hier nicht willkommen. Lass mich weg, lass mich weg. Lass mich doch weg. Okay, jawoll. Komm, komm, komm. Das muss reichen, um in die nächste Phase zu kommen, oder? Gib's doch zu, mein Freund. Das reicht wohl noch nicht. Okay, das reicht doch. Gut, gut, gut. Das reicht. Wir haben sau viel HP diesmal für den Titan. Diesmal könnten wir es wirklich schaffen. Komm, komm, komm. Titani, komm. Kein Problem. Zack, zack. Blitz, blitz, blitz. Und nu die Angriff, nu die Angriff, nu die Angriff, nu die Angriff. Und weg hier. Aber ich wollt doch weg, Mann. Lass mich doch weg da. Okay. Nu die Angriff, äh, blitzen meine ich. Nu die Angriff wollte ich da bestimmt nicht machen. Okay, komm, 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 blitzen. Ich bin irgendwie zu nahe. Ich stehe nicht so drauf. Ich bin da schon wieder in der Ecke fest gerade. Komm, komm, blitzen, blitzen, blitzen. Genau so. Gut, 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 alles kein Ding. Okay, wirft ein Scheiter nach uns. Okay. Blitzen, blitzen, blitzen. Warum bleibe ich hier nicht? Ich bleibe ich hier. Okay. Okay. Alles kein Ding, Mann, alles kein Ding. Gut, 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 und blitzen. Gut. Wir müssen die richtigen Momente ficken einfach, denke ich. Dann haben wir gute Chancen. Blitzen, blitzen, blitzen. Gut, gut, gut. Okay. Viereck. Ich mache es. Ich mache es. Dreieck. Komm, komm, komm. Dreieck. Nochmal kein Problem. Wird gemacht, wird gemacht. Jetzt. Was setze jetzt denn? Okay. Neuer HP. Wird wahrscheinlich werden zweiter Punkt erreicht sein, hoffentlich. Wird er bestimmt wieder Kacke nach uns werfen. Ich habe es schon erwartet. Alles klar. Oh, das habe ich nicht gesehen. Manchmal sieht man das so scheitendreckig. Oh, da ist er schon. Okay, das ist kein Ding. Oh, was mache ich denn da? So, jetzt aber. Komm. Jawohl. Oh, er ist schon im roten Bereich. Sehr geil. Ist er rausgeflogen? Ich glaube, er ist wirklich rausgeflogen. Das wäre richtig gut. Komm nur. Mein kleiner Freund. Okay, kein Problem. Du hast den Bitz zwar geblockt, aber trotzdem. Der mich bekommen. Okay, 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 okay. Das finde ich gut, dass du da machst. Kein Ding, Mann. Ich komme weg mit dir. Komm, komm, komm. Schade, schade. Er hätte ja klappen können. Er hätte ja klappen können. Das ist ja nicht so schlimm. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Sitzen. Okay, kein Problem. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Genau so will ich das. Cool, cool, cool. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Jetzt mal schaffen wir es. Komm, komm, komm. Gut, gut, gut. So will ich das haben. So will ich das haben. Locken. Genau so will ich das. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Perfekt, Mann. Und er ist fast tot vor allem. Jetzt haben wir echt die Chancen, das zu schaffen. Selbst wenn es kein falscher Punkt war. Komm, komm, komm. Oh, bitte lass mich den Kampf endlich fertig kriegen. Gut, gut, gut. Es läuft. Er kriegt den Schaden, den er... Oh. Nicht so schlimm. Oh nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt, dadurch, dass ich mitten in der Attack-Bombo war. Okay, ist doch nicht so schlimm. Geht wohl einfach weiter. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Nix, wird gemacht. Okay. Was willst du von mir? Er kriegt alles, was du willst. Kein Ding. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Endlich, ey. Hier, Schrottplatz geschafft. Profi bekommen. Zwei sogar, okay. Sehr geil. Okay. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin fertig. Oh man, Speicher. Perfekt. Ja, haben wir das endlich abgeschlossen. Gott sei denn. Lichtschwert, oder? Ich werde wieder umhören. Ich bin bereit. Nein. Du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi Meister stellen. Okay. Okay. Wem? Meisterin Shaak Ti. Eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Okay. Ich fand den schon schwer genug. Nein, 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 nein. Ich fand den schon schwer genug. Nein, 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 nein. Du täte allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Marys. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns. Überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith sich fangen oder vernichten. Marys, bitte. Geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. Okay. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Marys Brood. Okay. Dann sind wir wohl auf unserer nächsten Mission. Ich verfolge euch. Direkt vor euch müsste ein hohler Pilzturm liegen. Durch den müsst ihr durch. Okay. Das machen wir aber dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!